Ich bin ja sonst nicht so Theo, aber so ein bisschen muss man das auch mal aufnehmen. Ja, ja, aber nicht mal ein Kennzeichen bitte. Nee, nee. Wenn die in dem Haus nicht mal eine Kamera kaputt machen. Eine Spur der Verwüstung. Wenn der eingeschränkte fließt ist, ist überflüssig, wenn, dann muss man gleich komplett. Also da muss schon eine endgültige Lösung sein. Wobei es eine Bereinigung des Genpools. Ja. Aber weißt du, ich habe immer noch gute Laune, weil er nicht gebrannt hat. Ja, das ist wirklich so. Ey, es ist ein Teil für 1,50 Euro, ein bisschen sauber machen. Wenn er dann wieder fährt, das wird Öl. Also ich bin der Meinung, da kann eigentlich nicht viel passiert sein. Wenn du bedenkst, dass du mit dem Motor noch 15 Kilometer ohne Öl fahren kannst. Ich habe noch einen LEH-Lader da, den schraube ich jetzt dran. Jetzt erst mal wieder schrauben für den Öl. Erst mal. Ja. 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 eren